Kompi rein, dann kann ich streamen und leidern, weil du solltest du nicht reingucken, dann können wir so kommentieren. Ah! Bin drin! Ja, das Stream ist jetzt halt an, ne? Soll ich das Stream erwarten lassen? Ja, ne? Mach aus, dich mal schnell an. Äh, äh, äh. Äh, hast du aus? Äh, ja.